heute was geht ab leute homie es ist samstagmorgen echt früh habe ich noch schnell ein video für euch raus bevor es ab nach pausen geht ich hatte eigentlich sogar zwei videos geplant aber gestern wurde doch länger und dann heute bin ich doch nicht so fit für zwei weil eigentlich muss das mit den highlights die ihr mir so schickt und so jetzt eigentlich demnächst auch wieder raus wird wahrscheinlich dann morgen kommen vielleicht kommen dann heute noch ein paar highlights für das video für morgen dann aber heute habe ich was vorbereitet war recht spontan und zwar gestern haben wir ein rate gemacht und da war ich eine menge los und das ist sozusagen eine antwort oder nicht erklärung weil da gibt es eigentlich nicht zu erklären aber so eine art antwort auf das video von letztens mein erstes sabtos gab ein bisschen hate paar dislikes mehr als normal mehr als üblicherweise und hat mich echt enttäuscht dass ihr so von mir denkt oder zumindest ein paar das video war aus dem zusammenhang ausgenommen und man hat nicht alles gesehen und die lage in münchen ist halt die situation ist halt ganz anders als da wo jeder herkommt wahrscheinlich aber jetzt zeige ich euch erstmal ein rate in münchen wie das eigentlich normalerweise so abläuft okay der clip jetzt ist ein bisschen übertrieben weil es in parsing war aber ihr kennt meine anderen videos wir sind immer viele leute also wie gesagt ich zeige euch den clip und danach ein schlusswort gehen rein schnell blau und gelb ja wenn die sehen ich mit mir hier noch mal raus visa visa mozzi visa visa mozzi ja mozzi katze Da sind aber sauviebeln, falls ihr noch reinkommen würdet. Seid ihr drin? Ja. Nee, dir aber nicht. Geht doch mal raus! Ich filmen! Raus! Hört ihr noch mal raus? Jetzt ausgeklaut, oder? Wir sind schon drin, wir sind jetzt rausgeklaut. Also nochmal, oder? Mach zwei Gruppen! Gelb genug? Wer ist gelb? Rot! Rot sind da unten eigentlich alle. Ja, die waren schon. Ja, die haben sie. Ja, die haben sie. Die geben hier her, die blauen da rüber. Ja, geh schon nochmal raus, wegen dem. Ja, okay. Wo, die haben wir hier? Ja. Ja, schau da, kommt noch einer. Ja, hier ist gelb. Guck mal rein, aber wir sind nicht spannend, oder? Ja, privat. Ja, es kommen immer welche. Das ist München, Mann. Ja, wir haben eine Gruppe. Ja, wir haben eine Gruppe. Hier wird einer erstellt da. Blau und jetzt blau extra. Blau und gelb extra jetzt, oder? Ja. Kämpft ihr schon? Ja, das ist gut. Alter. Rot. Ja, rot. Rot ist unten. Rot ist eigentlich unten. Aber die kämpfen schon. Nee, egal. Geht einfach alle geil. Auf normal. Ja, bei normal. Das ist mir jetzt auch zu stressig. Das ist echt zu stressig jetzt. Das wird normal, ey. Also kämpf nicht. Ja. Hab ich's auch noch mal. Einfach auch kämpfen, ja. Ja. Alter. Manche kommen aus Stuttgart, manche kommen aus Nürnberg. Ja, Mann. Das ist nett. Schau mal, hier. So spielen wir. So spielen wir. Ja, wahrscheinlich. Also hier haben wir so einen kleinen Like, oder? Nein, nein. Nein, nein. Kann man zuspielen. Ja. Setz das Geld. Nein, einfach geil. Einfach normal geil. Ist ja zu stressig. Ja. 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 Das ist aber nicht mit dem Wokemon. Nein, nein. Ich freue mich mal. Ja. Natürlich schön. Nein. Man hat immer Glück. Ja. Ja. Das ist aber immer so. Ja. Ja, also das ist so. Ja, das ist gut. Gut, wäre eigentlich gut gewesen. Aber jetzt können wir eigentlich noch mal rausgehen. Wer jetzt Pech nicht drin ist, hat Pech gehabt. Der dauert bloß ein bisschen Fleck, aber ich weiß nicht, das ist eine krumme Idee. Das ist vielleicht hier. Ja, ist recht so. Nee, das zieht einfach nicht. Ja, das zieht einfach nicht. Ziemlich ist es nicht mehr so. Das ist nicht mehr. Teufel und Motorrad. Leider hier stehen? Das ist ja schon. Bananen-Busse Hast du's? Banane, Alter! Banane? Was seid ihr für welche? Savage City Ich hab den ersten Brüttel Absolut, ich hab nicht viel drin Viel zu viel mehr los Müssen wir auch mal kurz sitzen So Leider zu spät Ja, wir haben hier gerade alles fertig Ich glaub, vielleicht sind da noch welche Aber ich weiß nicht Ihr könnt sehen, hier ist immer Action Mein Gott, ich hab nur Damage 1 gemacht Was ist hier los? Aber schauen wir mal Und? 18.53 N Schlecht Scheißloch Ja, das ist schwer 80.53 N Ja, mit Schein Ja, ja, okay Warten, das muss ich auch nehmen Okay, der Kollege zeigt mir eine neue Technik Wie man wirft Und zwar mit Schein Aber nur 10er Ja, weil's klein ist Bei 100% 100er Bei 100% 100er Oder was? Ja, bei 100% Wahnsinn, ne? Wahnsinnig Wir sind selber am Arsch Wir sind aus Stuttgart Ich hör, da kommen auch noch welche Jetzt kommen immer noch welche Und auf jeden Fall Der hat mehr ab die Stuttgart Ich bin immer noch mal Nein, ich bin immer noch mal Der Platte ist drin, da ich es gesagt habe. Ich muss sagen, wie du was? Ich bin hier von mir erst mal. Ich bin hier von mir erst mal. Ich bin hier von mir. Ich bin hier von mir. Alles klar. Ich habe ihn auch. 4 von 4. Nettes Souvenir. So, das war es. Richtig verrückter Raid, richtig viele Leute. Richtig unorganisiert alles. Aber so läuft es meistens ab. Wir waren nicht mal fertig und da kamen schon wieder die nächsten Leute. Und als die fertig waren, kamen immer noch Leute. Also so geht es hier in München ab. Und das ist den meisten von euch vielleicht nicht bewusst. Aber hier ist echt eine Menge los. Es gibt eine Red Gruppe. Die musst du auf Discord rüber umziehen. Weil in München, nicht in München. In WhatsApp die Gruppe voll war. Also zu viele Mitglieder. Habe ich auch noch nie erlebt, dass eine WhatsApp Gruppe voll ist. Aber es gibt so viele Leute hier in München. Hat mich echt enttäuscht, eure Reaktion. Das wollte ich halt nur klarstellen. Weil ihr habt es halt so getan, als hättet ihr das gar nicht bekommen. Und ist traurig nach Hause gegangen. Er musste sich halt einfach nur umdrehen. Und mit den anderen Leuten eine neue Gruppe machen. Weißt. Und ihr tut so, als müsst ihr ohne WhatsApp das traurig nach Hause gehen. Aber das war's. Ich will mich jetzt nicht drüber aufregen. Ich wollte es nochmal klarstellen. In München läuft es halt ein bisschen anders ab. Weil echt so viele Leute immer da sind. Und es wird immer unterbrochen. Und es kommen immer neue Leute dazu. Und klar, es gibt Situationen, wo man direkt wieder raus geht für einen. Aber das war halt echt keine von diesen Situationen. Weil da kamen noch genug Leute. Kein Problem, dass er sich eine neue Gruppe sucht. Also. Und so läuft es halt bei uns ab. Aber naja. Man sieht sich jetzt in Farsing. Falls ihr das noch seht. Oder falls ihr unterwegs seid. Ansonsten freut euch auf ein paar coole Videos. Mit Julian zum Beispiel. Das 100% Battle ist endlich soweit. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen wie es so ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht. Pokemon is serious business.